mal üben, aber... Ja, das wird schon schwer. Aber dann musst du ja diesen Doppelsprung nach vorne machen. Oh man! Einfach ohne Boost, Digga! Ja, aber das... Okay, das ist... Was? Digga... Nein! Ja, schön, geh... Die übelsten Noobs, die keinen Boost nehmen. Nein! Jetzt müssen wir einfach zu langsam. Komm! Ja, Mann! Alter, ohne Boost! Ja! Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rocket League zusammen mit dem Preystar. Hallo! Hi! Ähm... Jo Leute, wir machen heute mal nicht eine Standard-Gammel-Gammel-Gammel-Gammelino-Folge... Ähm... Rocket League, sondern wir machen eine Challenge und ich habe sie schon mal gebrochen, deswegen bleibe ich jetzt erstmal bestimmt so ein paar Sekunden stehen. Weil... Die Challenge ist nämlich, äh... No-Boost-Challenge. Dürfen ohne Boost... Wir müssen sogar ohne Boost spielen, ja. Sonst dürfen wir nämlich stehen bleiben und Strafzeit absetzen. Jetzt habe ich hoffentlich mal genug Strafzeit abgesessen. Außer wenn wir, ähm... Beim Anschluss, da dürfen wir... Genau. Die einzelnen Regeln, ähm... Wie gesagt, wenn man den Boost benutzt, drei Sekunden müssen wir stehen bleiben. Ich hab ihn verwirrt. Ähm... Beim Anstoß darf der Boost benutzt werden, weil einfach der Gegner dann mega die, äh... Den Vorteil hat. Deswegen ist halt... Er kommt. Deswegen ist halt nicht so gut. Wenn du dann auch am Anstoß... Bitte, bitte! Ja, ey... Nein, ich hast es ohne Boost! Fuck! Oh, Kackel! Oh, er verkackt auch noch! Oh, oh! Oh, er rammt mich da hinten! Ja! Schönes Ding! Yes, man! Schönes Ding! Also wie gesagt, wenn... Wenn ihr das cool findet, äh... Wir haben noch richtig coole andere Challenges. Können wir gerne machen. Ich hab gedacht... Ich war eben duschen und hab mir so gedacht... Jo, ey... Wir können doch eigentlich mal Challenges machen in Rocket League. Nerdwave? Ja. So. Jetzt darf ja kein Boost benutzt werden. Ja. Keine Ahnung, ob es schon ein deutscher YouTuber gemacht hat. Ja. Ist ja nicht schlimm. Aber... Wir haben einfach Bock drauf gehabt. Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade Boost benutzt hab. Ich bleib mal 3 Sekunden stehen. Lol. Nee! Schön, brave. Oh, ne Boost, mate! Kommst du? Oh, ich dachte, du bist hinter mir. Ich glaub, du warst sogar hinter mir. Ja, ich war auch hinter dir. Ach, schade. Ich wär fast noch angefahren. Ich hab mich nämlich verfahren. Also, ne? Ja. Guck, ich bin da angefahren und auf einmal war ich zu tief. Und dann bin ich zu hoch gewesen. Und dann war der Ball. Passiert. Wir haben auf jeden Fall schon mal ne kleine Testrunde gespielt. Du fährst? Ja, ich weiß. Ne kleine Testrunde gespielt. Hab ich auch aufgenommen. Hab die normalerweise vorm Tor gesehen. Also, ich finde sowas zählt auch. Ne? Ja, das ist der Anstoß. Ne? 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 ich komme da ich hab irgendwie krott aber das hätte auch ein bisschen riskieren das uhr bekommt schade ich glaube ich davor schon weggebrochen geht so geht so wir können noch mal kommen nein egal egal ich hab das noch du rettest uns wieder ich kann fast schon mit ohne muss besser spielen als mit da habe ich aber bei mir auch hat es gefiel und ich bin ja wirklich scheiße in dem game bin ich echt scheiße da habe ich echt gar total vergessen in dem game ich kann bei euch meistens immer nicht mithalten wenn wir ich bin jetzt auch nicht der beste in rockeliegung und leider hat es immer sagt ich wieder ich bin extra auf die bremse gegangen extra das könnte sein kommt 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 oh man ich habe eine muss gefehlen ich wollte ich wollte eigentlich springen aber ich bin achte ich treffe ich nicht und lieber so aber dieses kann man diesen doppelsprung machen ich fahre vorbei aber du bist dran aus der rückgebung ja habe ich so gefahren ja schon der kommt noch mal schön dringend nach vorne ich bin da ich bin als ob gutes profi und semi profi aber trotzdem das war der torschuss genau kein boost was kann ich mein problem aber die bleiben stehen die haben halt keinen bock mehr wenn die wüssten dass wir einfach ohne boost spielen das sehen sie doch ja aber checken die das auch so ups weiß ich nicht die denken sich wahrscheinlich was machen die da eigentlich es ist wirklich der zweite versuch da wollen wir einfach mal versuchen in rank aber in rank das ist halt ja zu rank das vor allem mein rang auch glaub da ist es schön also das könnte man auch noch machen nochmal in rank zu probieren so leute ich würde sagen aber das war es erstmal mit dieser runde rocket league challenges ich weiß nicht wie ich es nenne ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr noch weitere challenges oder so habt dann würde ich mich na klar freuen wenn ihr die in die kommentare schreibt wir haben auch noch viele challenges auf lager also so schnell würde werden uns die ideen auch nicht ausgehen der präfis denke ich auch noch mal das eine oder andere mal mit dabei auf jeden fall lass einen kleinen daumen da am besten positiv abo ist na klar auch gern gesehen das war kein muss ansonsten wünsche euch einen schönen abend euer kebu